Ja hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Wir spielen Call of Duty Modern Warfare. Unsere erste Mission ist das Schiff, meiner Meinung nach, glaube ich. Ja, da sehen wir auch schon das Schiff. Das ist unser Maestro. Der da mit der Zigarre. Das sind unsere Kumpels und der fühlt uns meinig an. Aber wir spielen das Spiel einfach mal. Jetzt nicht um zu beweisen, wie schlecht ich eigentlich bin, sondern einfach nur just for fun. Wahrscheinlich werde ich auch oft sterben, weil ich sonst immer nur Contrast 3 gespielt habe. Nie Call of Duty. Soll er dann schon erst mal tot. Und ja, gucken wir mal, was das Spiel so verspricht. Und wie schlecht meines geht's. Ja, mal wieder zu viel gesoffen, ne Meister? Was hat er denn da? Ja, schön, schön Alkohol. Das gehört sich nicht. Und schlafen auch nicht. Hier wird gekämpft. So. Haben wir diesen Raum schon mal leer. Ich meine, jetzt müssen wir auf die Map, äh, sag schon, rüber zu einem anderen Ding. Da ist der Spiel, oder oben sind Leute. Schauen wir die? Beide tot. Huts. Manchmal nicht mit uns anlegen. Ja, aber auch genau, ne? Ich meine, jetzt sind die... Sind die? Ne. Was sind die denn? Leute, auf einmal sind die da, ne? Scheiß Camper, ey. Die zwei. Da kommt noch einer. Ich sagte... Durch die Wand. Jetzt haben wir ihn erwischt. Das ist natürlich auch praktisch eine Leiter, aber man kommt dann durch, ne? Ich würde sagen, die sind alle tot und wir können vorrufen. Kommt ihr? Geh weg! Nicht auf mich ziehen! Na, was haben wir da passiert? Wer war denn jetzt hier unser Boss? Der hier. Kriegst gleich mal eine. Ist hier runter. Müssen wir hier runter? Leute? Ja. Da ist er. Lalalala. Das sind so ne Bongos da hinten. Ich schieße mich mal hier aus dem Wickel. Einfach mal rein da. Guck mal. Vielleicht können wir mal ne Granate da reinwerfen. Oh, fast selbst geflasht. Da steht noch immer. Ich hab die Waffe gesehen. Ach, steht noch jemand. Ne, ne AK wollen wir nicht. Wir bleiben schön bei der MP. Ja, wird man... Wird man gleich mal angeschossen, ey. Schnauze da unten. Geht doch. Wir runter, oder was? Ja, ich hab's ja verstanden, dass wir runter müssen. Schub ist doch nicht, glaube ich. Schub ist doch nicht. Fick die Oma. Da verrecken wir gleich mal am Anfang, ey. Oh, jetzt wird's hier aber peinlich, Roman. Ich hab' mir noch ein bisschen skill. So, wir wissen haargenau, dass da gleich so ne... so ein Penner reinschneit. Können wir so ne Granate hier so wohlwerfen, Ende? Piu. Der kann ja mal gerne vorgehen. So, jetzt ist hier keiner, ne? Was soll denn der Scheiß? Eine Granate würde ihn ja nicht getötet haben. Ah. Treppe. So saß. Ja, jetzt geh doch mal aus dem Weg, da. Fettie. Uh, da rennt jemand. Der rennt nicht mehr lange. Der schießt auf uns. Wie jetzt, der rennt immer noch. Oh mein Gott. Zähl, zähl, zähl zum Locken. Aufstehen. Haben die noch erwischt? Ja, den haben wir noch erwischt. Leute, meine Leute sind schon ganz unten. Anstatt als mal warten. Nö, lass den mal da oben verrecken, ne? Ich glaub auch, ey. Da ist noch einer, da ist noch einer. Oh, direkt die Birne weggeballert. Ja, Baby, fern. Ah, da drinne. Gucken. Können wir diese Fleischbein? Nicht hingucken. Da haben wir ihm gleich Headshot gegeben. Den haben wir gleich in die Nüsse geschossen. Granate drinne. Aude. Ja. Ja, 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 ja. Da, 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 da sind die Pisser. Granate. Da sind die Lutscher, ne? Jetzt machen wir mal eine Granate, die töten. Bitte doch drum. Ja. Wenn man hier gleich auf die Schnauze bekommt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stirb. Stirb. Oh mein Gott. So eine Pussy. Alter. So eine Pussy. Gerade, wenn ich nachladen möchte. Ich sollte vielleicht jetzt mal ganz kurz in Deckung bleiben. So, jetzt geht's wieder. Wollen wir das hier mal schnell finishen. Ja, 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 ja. Halt die Schnauze. Schieß dein Bein und du knickst zusammen. Sehr gut. Meine müssen wir hier hoch. Heute? Ah ne. Genau. Hier ist jetzt ja hier. Dieser Container. Ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja. Ich mag nie mehr. Leute. Ich muss das Licht ausmachen. Kann man nicht. Oh, ich muss öfter kommen. Jetzt renn ja einfach mal weg, ne? Lass ihn da mal ruhig alleine mit den Chemie-Waffeln. Kann ja ruhig verwecken. So. Ja. Sicherlich. Wird man einfach mal so abgemetzelt. Lass mich ja nicht alleine liegen. Ja, der rennt erstmal weg, ne? Er hilft, er hilft mir wenigstens mal. Ja. Schick ein Bad, was geht. Nicht. Fick die Oma. Jetzt, jetzt gilt es darum, aus dem Schiff rauszukommen. Das finde ich immer noch am schwersten an dieser Mission. Ich habe da ja mal ein bisschen schon mal reingespielt, aber hier rauszukommen. Weil man hier irgendwie immer hängen bleibt. An jeder kleinen Scheiße, ey. In jedem Geländer. Guck da. Oh mein Gott. Oh, das war knapp. Wow. Geschafft. Hier um die Ecke, hier um die Ecke. Ich bleibe irgendwie immer hängen. Wow. Jetzt sind wir aber gut dabei. Wuhu. Oh, die sind so verkackt schnell und die sind so verkackt langsam. Oh Gott, ich sehe noch was. Helikopter. 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 Nein, nein. Ja, nein. Ja, 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 ja. Nein, nein, nein. Wieder der Schnurrbart. Hat uns gerettet. Ja, das war die erste Mission. Liebe Freunde. Damit beende ich auch schon die erste Folge. Und bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.